Hallo und herzlich willkommen zu ein neues Let's Wack und wir wacken heute den Dieb und dann playen wir mal und bin ziemlich, bin sehr gespannt was uns erwartet. Da ist der Dieb und wir nehmen mal hier den Koffer teil. Oh Muss ich jetzt was anderes auswählen. Ja mach doch, ah jetzt. So geil. Und er spielt weiter. Okay, next. So als dieses dieses Vorhang oder was es sein soll. Hm? Hey, was ist jetzt? Oh 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 What the VTF WTF? What? WTF war das grad? Alter, wie du denen einfach ein Stück Gesichtshaut wegbeißt. Alter, das war grad ziemlich krass. Hier, ein Türmchen aus dem Aquarium. Hier, ein Türmchen. Hier, hier, hier! Oh, du gehst! Oh, du gehst! Du gehst! Was ist das? Oh, 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 oh. Super, okay, next. Was gibt's denn sonst noch? Ah, hier. Hm? Na, was hat der kleine Junge jetzt vor? wie der junge einfach so viel gold da drin hat also so viel geld und die spiele liegen weiter so was gibt es sonst noch der kommen wieder durch fenster rein hier so eine flasche war schon wieder der dieb denkt dass ich bestimmt gerade der dieb sollte lieber nicht bei den jungen einbrechen und so was gibt es sonst noch hier die schwerter die kann ich aber nicht nehmen da öffnet sich eine andere seite hier ein baseballschläger und tennisschläger meinte ich so Alter. Super. Und der spielt weiter. Lässt einfach die Leiche da liegen und spielt weiter. Oh, was haben wir hier? Öl. Ich glaube der zündert den jetzt an. Oh, was haben wir hier? 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 ja ja genau und er spielt weiter das ist ja ganz toll okay next so dann müssen wir noch eins finden so dass wir das ist ein bisschen schwieriger das letzte zu finden das hatten wir schon dann haben wir auch schon also das können nein das können wir nicht was können wir denn sonst noch eins können wir auch nicht so war uns fehlt nur eins noch aber ich weiß nicht welches können wir nicht hallo ah ok ich mag den jungen irgendwie und tot ist er ok und er spielt weiter seine konsole jetzt weg der fiege mein menü euch jetzt noch mal die intro anschauen ich am anfang nicht zeigen konnte ja auf jeden fall war es das war es dann mit weg das rief also wackel den dieb ich hoffe es hat euch gefallen ich würde mich über eine positive bewertung freuen aber oder ein kommentar dann sehen wir uns im nächsten letzten let's weg wieder bis dahin euer xido dann ciao